Ohne sie gibt's keinen guten Ton, denn genau sie stecken drin in all den tollen HiFi-Geräten. Vorprodukte wie Gehäuse, Kabel, Platinen, Messtechnik oder auch Furniere. Die IPS ist dadurch die perfekte Ergänzung zur High-End im MOC. Auf einer abgetrennten Fläche haben hier Hersteller von Zulieferprodukten für die Audio-Industrie eine ideale Plattform. Denn nicht nur ihre Kunden sind schon da, sondern die ganze Lieferkette trifft aufeinander. Das bedeutet für uns, wir als Produzenten der Membrane und aber auch die Lautsprecherhersteller kommen hier zusammen, um das Endprodukt zu besprechen. Und das ist eine tolle Gelegenheit, die wir so bei Kundenbesuchen gar nicht erreichen können, weil immer ein Teil fehlt. Noch umfangreicher als im vergangenen Jahr gibt es hier gebündelt an einem Ort jede Menge zu besprechen. Aus gutem Grund. Im wahrsten Sinne des Wortes also. Alles im grünen Bereich bei der IPS. Untertitelung des ZDF für funk, 2017